Hallo von der Bauma, mein Name ist Tobias Speiser, ich bin Produktspezialist für Kompaktmaschinen im Hause Svecon in der Abteilung Produktmarketing und ich möchte euch heute mal den neuen Kompaktbagger EC18E vorstellen. Die wahrscheinlich auffälligste Veränderung liegt im Design der Maschine. Dies fällt ganz besonders beim dreiteiligen Kontergewicht am Heck der Maschine auf. Eine weitere Neuerung liegt in der Anordnung des Kraftstofftanks. Dieser ist nun in die seitlich öffnende Motorraumklappe integriert. Auf Kundenwunsch hat Volvo die Fazorösen beim EC18E nochmals neu angeordnet. Die neue Lage ermöglicht es, die Maschine schnell und einfach auf dem Transportfahrzeug zu befestigen. Für Fragen zum Produkt stehen wir euch jederzeit gern zur Verfügung.